Wir haben das wichtige Thema Anpassbarkeit nun hinter uns gelassen, sind aber immer noch im Bereich der Flexibilität unterwegs und kümmern uns nun um die zweite wichtige Forderung in diesem Bereich und die heißt Heterogenität. Heterogenität könnte man auch so mit Vielseitigkeit, Vielfalt übersetzen. Und hier im Bereich der Nutzungsschnittstelle meinen wir damit, dass es viele, viele Wege zum gleichen Ziel geben kann. Ich lese mal die Definition vor. Heterogenität bedeutet, den Benutzern zum Erreichen eines gewünschten Zustandes oder zum Ausführen einer Softwarefunktion mehrere Möglichkeiten anzubieten, aus denen sie die für ihre Zwecke, Situationen und Vorlieben jeweils günstigste auswählen können. Auch hier kann man sich jetzt mal wieder fragen, so wie wir das bei der Anpassbarkeit auch schon gemacht haben, warum könnte man das vielleicht nicht wollen? Die Gründe sind ähnliche, warum man das nicht wollen könnte. Denn es ist natürlich komplexer, wenn ich viele Wege zum Ziel habe. Ich weiß vielleicht nicht mehr genau, welches der Beste ist. Wie komme ich da hin? Auf welchem der Wege bin ich eigentlich? Wie erkläre ich es jemandem? Der vielleicht ganz andere Wege üblicherweise geht. Das beste Beispiel kann ich euch vielleicht ein bisschen anekdotisch erzählen. Ein Kumpel von mir, der ja auch sehr computeraffin ist und hat allen möglichen Leuten ihre Computer eingerichtet. Der wird natürlich häufig gefragt, dass er ihnen mal irgendwie etwas erklärt, dass er ihnen zusätzlich was beibringt. Das waren jetzt häufig Leute, die seltener Computer nutzen und sehr auf der Metaphern-Ebene der Nutzungsschnittstellen unterwegs sind. Das heißt, die haben viel über die Dokumente gemacht, die haben viel die Maus benutzt, die haben viel Menüs benutzt und so weiter und so fort. Eigentlich auch, wie es grafische Nutzungsschnittstellen nahe legen. Mein Kumpel, der nun jetzt da unterstützen sollte, das war aber natürlich so ein Computer-Hacker vor dem Herrn, der hat eigentlich am liebsten mit Tastenkombinationen gearbeitet oder im Zweifelsfall auf der Shell gearbeitet und hat eigentlich die Maus möglichst nie benutzt. Geschweige denn auch noch so Rechtsklick-Menüs oder sowas, weil man kann das ja schön mit Tastenkombinationen und so machen. Wenn der jetzt erklären sollte oder ich zeige dir das mal eben schnell, dann hat der mal eben drei Tasten gedrückt und die Leute haben überhaupt nicht mehr gewusst, woran sie sind, weil sie selber die Software natürlich auf ganz andere Art und Weise nutzen, auf einem ganz anderen dieser Wege unterwegs sind. Das heißt, das kann natürlich an der Stelle auch für Probleme sorgen. Das heißt, auch hier muss man wieder gucken, wie weit will man eigentlich gehen. Es gibt sogar Leute, die sagen, diese mehrere Wege sollte man überhaupt nicht machen. Das halte ich allerdings für Unsinn, denn dann schränkt man die Leute sehr, sehr stark ein, auch in Bereichen, wo es verschiedene Situationen gibt, die verschiedene Wege rechtfertigen. Das heißt, wenn ich da nicht verschiedene Wege habe, dann erzeuge ich im Zweifelsfalle erzwungene Sequentialität, weil ich die Eingabeminimalität in den Wind schieße. Also so einfach, finde ich, sollte man es sich nicht machen. Schauen wir uns das mal an, wie viele Wege es eigentlich manchmal gibt und das kann ganz erstaunlich sein. Hier am Beispiel LibreOffice möchte ich euch mal zeigen, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, ein Dokument hier drin zu öffnen, also hier in dem Textverarbeitungsprogramm von LibreOffice. Und das sind eine ganze Menge. Ich habe hier acht Stück gefunden und es würde mich nicht wundern, wenn es noch mehr sind. Also man kann das über einen Menüpunkt machen, hier Open. Man kann das entsprechende Icon stattdessen nehmen. Man kann ein Tastaturkürzel nehmen, Command-O in diesem Fall oder Steuerung-O wäre das bei Windows. Man kann aus der Nutzungsliste auswählen. Man kann eine Datei anklicken im Finder oder bei Windows im Explorer. Man kann diese Datei aber auch per Drag & Drop dort hineinziehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Auch dann öffnet sich da drin dieses Dokument. Man kann eine Liste der zuletzt benutzten Objekte wählen, die das Betriebssystem anbietet. Das gibt es auf dem Mac und das gab es bis Windows XP auch bei Windows. Und dann hat man das irgendwann da abgeschafft, kann man aber bei Tricks immer noch drankommen und so weiter und so fort. Man könnte zum Beispiel auch von der Kommandozeile aus ein Dokument öffnen, indem man den Open-Befehl benutzt auf dem Mac oder den Start-Befehl unter Windows. Das ist genau das Gleiche. Da gebe ich an, Start, Dateiname und dann wird die entsprechende Anwendung mit dem geöffnet. Als hätte ich einen Doppelklick da drauf gemacht. Ja und das sind noch nicht alle. Man kann es aus einer Mail heraus starten und so weiter und so fort. Oder man kann auch anstatt einen Doppelklick machen, könnte man ja auch rechte Maustaste öffnen. Also es gibt Unmengen Möglichkeiten, um diese eine einzige Funktionalität zu realisieren. Und wann ist welche besser? Ist hier eine besser als die anderen? Nein, das kann man doch gar nicht sagen. Das hängt ganz stark von der Situation ab. Wenn man zum Beispiel die Variante mit dem Starten aus dem Explorer-Fenster oder Finder-Fenster nimmt, ja wenn ich gerade dort unterwegs bin, dann ist es natürlich sinnvoll, das Dokument von da aus zu öffnen. Wenn ich aber gerade schon in der Anwendung bin, kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich eine der anderen Optionen nehme. Dass ich den öffnen Dialog nehme, das öffnen Fenster oder dass ich aus der Liste der vorherigen öffne. Also so kann man das nicht sagen. Man kann nicht sagen, eine ist die beste, eine Variante ist die beste und setze nur die um. Das macht es zwar einfacher und auch vielleicht einfacher erlernbar, aber man muss dann die Umwege alle erlernen, weil man immer über Umwege gehen muss und nie einen einigermaßen direkten Weg gehen muss. Erstaunlich finde ich, und das ist jetzt mal wieder so ein Windows-Mac-Vergleich, mache ich ja häufiger mal, weil ich nun mal Mac-Nutzer bin, aber Windows auch häufiger benutze. Und ich habe auch weder gegen das eine noch gegen das andere Betriebssystem was, aber man vergleicht ja manchmal. Es gibt wirklich Bereiche, in denen Windows mir besser gefällt als der Mac und viele Bereiche, in denen mir der Mac besser gefällt als Windows. Und wahrscheinlich weiß ich vom zweiten mehr, weil ich den Mac häufiger benutze. Das liegt in der Natur der Sache. Aber was jetzt hier die Heterogenität angeht, also die Vielseitigkeit in den Optionen, ist es komischerweise so, dass die Microsoft-Programme auf dem Mac vielseitiger sind als unter Windows, was am Betriebssystem liegt und nicht an Microsoft. Also schon an Microsoft, aber nicht an dem Programm. Also hier haben wir Word und die Frage ist jetzt, auf wie viele Art und Weisen kann ich bestimmte Dinge tun. Ich möchte hier zum Beispiel mal einen Link einfügen. Einen Link einfügen kann ich auf ganz verschiedenste Weise machen. Ich kann das machen mit dem Ribbon und da kann ich sagen Verknüpfung und Link, dann füge ich hier einen Link ein. Muss vorher natürlich in dem entsprechenden Ribbon sein. Ich kann auf dem Mac ein entsprechendes Menü nehmen und sage dann Einfügen Link. Die Möglichkeit gibt es nicht unter Windows. Ich kann eine Tastenkombination verwenden. Das geht auf beiden Systemen und ich kann auf dem Mac sogar auch eine Suche verwenden und kann sagen, ich gehe hier Hilfe und gebe da Link ein und kriege das dann direkt angeboten und kann es an dieser Stelle direkt anklicken. Dann werde ich ja da nochmal hingeleitet, aber es ist zumindest noch ein weiterer Zugang, eine Zugangsmöglichkeit mehr. Komisch. Also auf dem Mac habe ich vier Möglichkeiten und unter Windows habe ich nur zwei. Also ist das hier heterogener. Es liegt natürlich daran, dass es beim Mac dieses Menü immer gibt und dass auch die Microsoft-Anwendungen dieses Menü befüllen. Und unter Windows hat man das Menü abgeschafft. Das heißt, diese zweite Möglichkeit des Zugriffs auf die Dinge ist verloren gegangen. Und dann kommt noch die Möglichkeit mit der Hilfe dazu, mit dem Suchen in dem Menü, was immer noch eine weitere Zugriffsmöglichkeit natürlich hier ist. Wo gibt es noch gute Beispiele für Heterogenität, wo man sehen kann, dass das sehr sinnvoll ist in vielen Situationen oder für viele Situationen, könnte man besser sagen. Guckt euch mal Möglichkeiten an, eine Farbe zu definieren, also Farbeingabe. Die sind natürlich nicht alle äquivalent, aber das hängt gerade damit auch zusammen, dass die Situationen unterschiedlich sind. Also ich kann zum Beispiel eine Farbpalette verwenden, wenn mir eine Palette zur Verfügung steht. Viele Programme haben das ja. Ich habe auch die Systemgrundfarben. Wenn ich sage, ich möchte jetzt weitere Farben wählen, könnte ich ja hier sagen, dann kriege ich diese Systemgrundfarben. Es gibt benutzerdefinierte Farben. Da habe ich einen Satz von Farben abgespeichert. Da kommen wir vielleicht auf die Anpassbarkeit vom letzten Mal zurück. Da haben wir sowas. Ich habe HSL-Slider oder HSL-Farbwerteingaben oder RGB-Farbwerteingaben. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten der Farbauswahl und Farbeingaben. Schaut es euch hier mal an, was es hier noch alles gibt. Ich kann noch aus CMYK, ich kann websichere Farben, also ganz andere Paletten verwenden. Ich kann hier unten hingehen und sagen, ich verwende ein Bild. Ich gebe ein Bild als Referenz und in dem Bild kann ich eine Farbe aussuchen. Also hier gibt es etliche Möglichkeiten. Hier sind einige tatsächlich äquivalent. Also die Angabe da auf dem Farbkreis und die Angabe durch die Slider, die ist ja zumindest teilweise äquivalent. Also da sind mehrere Möglichkeiten. Aber je nachdem, welchen Zugang ich habe, welches Verständnis von Farbmodellen ich vielleicht auch habe, bietet sich die eine oder andere an. Und als letztes ist noch die systemweite Pipette da, wo ich irgendwo auf dem Bildschirm die Farbe abnehmen kann. Das Beispiel hatten wir bei der Eingabeminimalität besprochen. Denn hier haben wir eine Ausgabe des Systems, das Bild selber, als Eingabe. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit der Eingabe, der Farbeingabe. Steht diese Heterogenität in Konflikt mit anderen Anforderungen? Ja, natürlich. Ich habe es auch teilweise schon gesagt. Ich habe zum Beispiel einen Widerspruch zur Übersichtlichkeit. Denn wenn ich viele Möglichkeiten vorsehe, dann habe ich auch viele Elemente im User Interface, in der Nutzungsschnittstelle. Wenn ich nur einen Weg vorsehe, habe ich das nicht. Das heißt, ich kann viel leichter übersichtlich gestalten, wenn ich sage, es gibt nur diesen einen Weg und das ist der richtige, ich weiß es besser. Das ist so. Wenn ich viele Elemente am Bildschirm habe, weil ich Heterogenität vorsehen will, dann kann ich natürlich in Platzprobleme kommen. Das heißt, ich kriege sie vielleicht nicht mehr alle auf einem Bildschirm unter. Und dann habe ich Erschließbarkeitsprobleme oder habe Probleme mit der Kontinuität, weil ich ja dann Übergänge schaffen muss zwischen verschiedenen Teilen. Das heißt, ich habe da Schwierigkeiten oder ich versuche es alles möglichst klein, ich versuche es alles irgendwie da drauf zu kriegen. Aber dann ist es Schwierigkeit mit Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit oder sogar mit der Erkennbarkeit. Also diese Sachen stehen sich da alle entgegen. Das ist wieder die Sache mit dem Platz. Immer wenn Platz involviert ist, dann haben wir all diese Probleme, wenn Platz irgendwo spendiert werden muss. Und Platz muss nun mal leider für fast alles spendiert werden. Fast alles, was wir vorschlagen, braucht irgendwie Platz. Wenn ich mehrere Wege zum Ziel habe, dann kann ich in Desorientierung kommen. In welchem der Wege bin ich gerade? Der eine Weg, der mir erklärt wird, entspricht nicht dem. Das heißt, ich habe Erschließbarkeitsprobleme. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Wenn ich nur einen Weg habe, dann ist die Erschließbarkeit erheblich einfacher, als wenn ich mehrere Wege zum Ziel angebe. Weil, wie will ich die denn erschließbar machen? Dann muss ich da ja auch mehrere Sachen angeben. Und dadurch wird es wieder komplexer. Und letztendlich kommt natürlich wieder die Sache mit der Erlernbarkeit und der Erklärbarkeit da rein. Denn das ist das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe. Mein Kumpel, der ganz anders benutzt hat, als die Leute, denen er es erklärt hat. Und die waren dann desorientiert oder eher irritiert von dem, was er ihnen erklärt hat. Und es war nicht besonders hilfreich unbedingt an dieser Stelle. Heterogenität hängt übrigens auch zusammen damit, welche Techniken ich eigentlich benutze. Also welche Technik ich benutze, so in diesem Sinne von Technik. Welche Gerätschaften, welche Ein-Ausgabe-Techniken ich zum Beispiel benutze. Also die Frage, Tastatur oder Maus und Touchpad? Das ist eine Frage, die will ich heute nicht beantworten. Das ist ja eine religiöse Diskussion. So, benutzt man lieber Maus oder Touchpad oder sollte man besser alles mit der Tastatur machen? Da streiten sich die Geister seit Jahrzehnten drüber, seitdem es eigentlich grafische Nutzungsschnittstellen gibt. Und es gibt auch Argumente in beiden Richtungen und die widersprechen sich teilweise und werden nicht aufgelöst. Das ist manchmal sehr komisch. Das wollen wir jetzt nicht lösen. Aber wir können natürlich anerkennen, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen sich das eine anbietet oder das andere anbietet. Also, dass in bestimmten Situationen Drag-and-Drop-Operationen zum Beispiel besser sind und in anderen Shell-Eingaben. Oder, dass man in manchen Situationen mit einer Tastenkombination schneller da ist und in anderen, wo man zum Beispiel eine räumliche Relation braucht, Bildbearbeitung in vielen Stellen, dass man da dann doch eher die Maus- und Touchpad-Eingabe braucht. Also, das ist ja wohl unstrittig, dass das so ist. Aber es liegt natürlich auch teilweise an der Person. Die eine Person mag es lieber so, die andere Person mag es lieber so. Da haben wir also verschiedene Vorlieben. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir das unter einen Hut? Schaffen wir es gleichzeitig, Tastatur- und Maus-optimiert zu sein? Und das schaffen wir relativ gut. Wir sollten also Leute nicht zum einen oder zum anderen zwingen, sondern beide Nutzungsformen gleichzeitig ermöglichen. Und das geht gut, wenn wir ein paar Dinge im Kopf behalten, dass wir also nicht auf Maus-Bedienung alleine setzen, sondern auch Shortcuts anbieten und die auch anzeigen, wie hier zu sehen ist. Also, dass ich hier sehe, dass ich nicht nur auf Neu klicken kann, sondern auch Command-N drücken kann oder nicht nur auf Öffnen klicken kann, sondern auch Command-O drücken kann oder Steuerung jeweils jetzt in der Windows-Variante. Das zeigt dann beide Möglichkeiten gleichzeitig. Wenn ich diese Sache nicht anzeige, diese Tastaturkürzel nicht anzeige, dann habe ich das Problem, dass ich die nicht erschließen kann. Das heißt, ich müsste sie dann entweder von früher wissen oder aus einem Handbuch, aber dann komme ich in so eine Betriebsart hinein, wo das so ein Geheimwissen wird. Also, so ein Geheimwissen für die Erleuchteten, die können auch mit der Tastatur und die anderen müssen drücken. Das sollte man also möglichst vermeiden, dass das passiert. Andersherum sollte man keine Funktionalität haben, die man nur durch Tastaturkürzel machen kann, sondern sollte all das, was per Tastaturkürzel oder per Kommandoeingabe möglich ist, auch in einer grafischen Nutzungsschnittstellenform anbieten. Also als Menüeintrag, als Icon oder wie auch immer man das anbieten möchte. Dann haben wir beide Seiten immer gleichermaßen mit drin. Das ist hier kein Problem. Es ist aber dann ein Problem, wenn wir das mit Touch versuchen. Also Keyboard, Tastatur und Mauseingabe geht gut gleichzeitig. Mauseingabe und Toucheingabe geht nicht gut gleichzeitig. Warum? Naja, die Eingabe an der Tastatur und die Eingabe an der Maus, die sind schon mal erstmal nicht auf dem gleichen Gerät. Gut, das ist das eine, aber sie beziehen sich auch nicht genau auf die gleichen Objekte. Das ist leider bei der Nutzung per Touch anders. Das heißt, nur dadurch, dass ich jetzt hier eine Tastatursteuerung vorsehe, muss ich die Steuerung für die Maus nicht anders machen. Außer, dass ich vielleicht nochmal einen Tastaturkürzel mit dazu schreibe. Aber bei Touch ist das anders. Bei Touch habe ich die Notwendigkeit, dass bestimmte Dinge größer sein müssen. Dass man sowas wie Drag & Drop nicht gut machen kann. Dass ich damit rechnen muss, dass ich keine zwei Phasen habe. Also keine Annäherungsphase und dann eine präzisere Phase. Sondern, dass ich sofort mit einem Tipp treffen muss. Und so weiter und so fort. Das heißt, da schaffe ich es nicht gut, das beides in der gleichen Nutzungsoberfläche unterzubringen. Wenn ich das mache, dann habe ich immer schlechte Nutzungsoberflächen. Das heißt, entweder würde ich eine Maus-Oberfläche, eine für Mauszeiger optimierte Oberfläche per Touch anbieten. Dann müssen die Leute, die das benutzen wollen, sich die Finger anspitzen. Oder drücken ständig auf die falschen Knöpfe oder machen falsche Operationen. Andersherum, wenn ich eine touchbasierte Oberfläche jetzt per Maus bedienbar mache, dann sind eigentlich alle Dinge zu groß und zu klobig. Und ich verwende einen Vorteil der ganzen Mausinteraktion nicht. Deswegen ist es durchaus kritisch, zu versuchen, beides zu kombinieren. Bei Windows 8 hatte Microsoft das versucht und ist so hingegangen, hat eigentlich eine Touch-Oberfläche für Mausnutzer versucht, zugänglich zu machen. Und das hat viele Leute gestört. Wenn man versucht, Windows XP mit Touch zu bedienen, was ging an manchen Geräten, dann hatte man das gegenteilige Problem. Bei Apple hat man eigentlich lange Zeit gesagt, das eine ist das, das andere ist das andere. Aber mittlerweile kann man iPads mit Mausbedienung haben. Und bei Android ist das sowieso schon lange üblich. Und das ist immer irgendwie schwierig. Also es bietet sich eigentlich an, hier in diesem Falle tatsächlich verschiedene Modi zu benutzen und die Software mal so und mal so darzustellen. Und das macht Microsoft ja jetzt zum Beispiel bei Windows 10. Bei Windows 10 kann ich einen Tablet-Modus einstellen und einen Desktop-Modus. Und dann ändert sich auch die Darstellung und ein bisschen die Funktionsweise von einigen Elementen auf dem Bildschirm. Nicht so, dass man sie nicht wiedererkennt, aber anders ist es dann doch. Einen letzten Heterogenitätsaspekt möchte ich mit euch noch besprechen. Und zwar ist das einer, den man auf die ISO 9241 zurückbeziehen kann. In der ISO 9241 wird ja die Fehlertoleranz beschrieben. Und Fehlertoleranz kam jetzt bei uns noch nicht so richtig vor, dass man irgendwie also Software so gestalten sollte, dass Eingabefehler akzeptiert werden, wenn man das mal jetzt so platt formuliert. Bei Fehlertoleranz ist noch mehr drin, das weiß ich. Aber jetzt gehen wir mal auf diesen Aspekt ein. Es sollen fehlerhafte Eingaben mit möglichst keinem oder geringem Korrekturaufwand akzeptiert werden. So ist es ja, glaube ich, formuliert. Und das ist etwas, was durchaus plausibel ist. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sich fragen, na, wenn verschiedene Möglichkeiten der Eingabe bestehen, was dann ja der Fall ist, wieso ist das denn eigentlich ein Fehlertoleranzaspekt? Wieso ist das nicht ein Heterogenitätsaspekt? Komme ich nicht auch über mehrere Wege ans Ziel? Das ist doch die Definition von Heterogenität. Also wenn ich es auf verschiedene Arten und Weisen eingeben kann, und die eine kann sofort in die andere korrigiert werden, dann sind es doch einfach nur verschiedene Möglichkeiten der Eingabe. Das heißt, solche Aspekte würden wir der Heterogenität zuschreiben. Und hier sehen wir ein Beispiel, wie das nicht sein sollte. Schaut euch das mal an. Schon jetzt die ältere Variante, noch mit Kontonummer, Bankleitzahl. Und schaut euch mal an, was habt ihr da? Es wird gemerkt, ich hätte angeblich einen Eingabefehler gemacht. Und da steht, ich sollte eine Kontonummer eingeben, die nicht mehr als zehn Zeichen hat. Jetzt zähle ich mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es sind doch nur acht. Ja, es wurden hier die Leerzeichen mitgezählt. Und das ist sehr ärgerlich, denn auf diese Art und Weise werden Kontonummern oft aufgeschrieben. Oder wurden sie früher oft aufgeschrieben. Heute ist das bei IBAN das gleiche Phänomen. Da sind halt Lücken drin. Das haben wir ja besprochen bei Strukturiertheit, dass man solche Lücken braucht, damit man solche Chunks hat, die man auch noch überblicken kann. Es ist also wichtig, dass man das so aufschreibt, wenn man irgendwo eine Kontonummer oder eine IBAN aufschreibt. Aber hier haben wir ein Problem, denn diese Zeichen werden da mitgezählt. Das heißt, das ist für ihn jetzt eine falsche Eingabe. Ich müsste diese Eingabe korrigieren, indem ich diese Leerzeichen daraus nehme. Das dumm ist, was dumm ist, weil ich das überhaupt erst mal verstehen muss. Das heißt, ich muss wissen, dass ein Leerzeichen ein Zeichen ist. Das ist gar nicht unbedingt naheliegend für alle Computernutzer. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich für einen Großteil der Computernutzer ist das nicht naheliegend. Gut, aber warum wird das nicht automatisch korrigiert? Das kann man sagen, automatisch korrigieren. Aber man könnte dann auch einfach sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, das einzugeben. Ich kann das mit Lücken oder ohne Lücken eingeben und bin dadurch heterogen. Es gibt mehrere Wege zum gleichen Ziel. Und das wäre hier für uns die interessantere Argumentationsweise an dieser Stelle. Wir sind mit den Bereichen, die wir im engeren Sinne der Ergonomie zuordnen, jetzt fertig. Wir hatten die Präsentation, wir hatten die Interaktion, die Orientierung, sprich die Übergänge, die notwendig sind immer. Und nun die Flexibilität, bei der es darum geht, dass wir es mit einem dynamischen Umfeld zu tun haben, bei dem wir also nicht im Vorfeld wissen können, wie eine Gestaltung sein muss. Und nun gehen wir ein wenig über diesen Bereich der Ergonomie hinaus und tun das als erstes in Bereichen der Gebrauchstauglichkeit. Und bei diesen Bereichen der Gebrauchstauglichkeit haben wir zwei wichtige Themen, die wir bis vor kurzem noch innerhalb der Ergonomie untergebracht hatten, die also ziemlich nah noch dran sind an unserer Ergonomie, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, nicht mehr so richtig dazugehören. Und deswegen haben wir sie jetzt auch ausgegliedert, halten sie aber trotzdem für sehr wichtig, dass ihr davon etwas hört. Denn bei Gebrauchstauglichkeit kann man ja sagen, na gut, da muss ich jetzt immer eine große Analyse machen, eine Analyse der Umgebung, der Aufgabe und muss dann entsprechend handeln. Das stimmt natürlich auch und das muss man auch tun. Und deswegen werde ich euch auch im Bereich der Gebrauchstauglichkeit etwas über Tests erzählen. Aber es gibt im Bereich der Gebrauchstauglichkeit auch, sagen wir mal, allgemeinere Inseln, wenn man das so möchte. Und auf die möchte ich eingehen, denn ich möchte euch allgemein etwas über Konventionen erzählen und die Notwendigkeit, sich an Konventionen zu halten, was auch wichtiger sein kann als all die Forderungen und all die Techniken, die ich euch heute erzählt habe. Denn ein Nichthalten an Konventionen kann sehr, sehr große Probleme verursachen. Und ich habe auch noch einen Aspekt, da geht es um etwas Sprachliches. Also wie spreche ich denn, welche Wortwahl benutze ich denn eigentlich, wenn ich Software gestalte? Und natürlich hängt die stark von der Aufgabe ab. Das heißt, das wisst ihr ja alle, Informatiker reden anders als Banker. Und Banker haben zum Beispiel eine bestimmte Nomenklatur von, also bestimmte Worte, bestimmte Ausdrücke, die sie verwenden, die natürlich in einer Software Verwendung finden sollten. Und wenn ein Bankerkonto sagt, wenn ein Informatikerkonto sagt, dann kann es zu Missverständnissen kommen. Da muss man also sehr, sehr darauf achten. Und da gehen wir auch schon bei einem Bereich, der bei Sprache wichtig ist und auf den ich auch hinaus möchte in einem der nächsten Videos. Nämlich, dass wir möglichst nicht bei der Softwaregestaltung in eine Informatiker- und Nerdsprache verfallen. Also diese Art von sprachlichen Aspekten, die möchte ich euch so als einführende Themen im Bereich Gebrauchstauglichkeit auch noch erläutern, bevor ich dann auf Tests eingehen werde. Und abschließend gucken wir auch noch mal in den Bereich Barrierefreiheit hinein, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und eigentlich so wichtig ist, dass wir ihn hier kaum beachten können. Denn er würde eine komplette Veranstaltung der gleichen Größe wie diese Veranstaltung eigentlich verdienen. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, da einige Überlegungen mal zuzuäußern, dass ihr das zumindest einordnen könnt. Soviel also jetzt erstmal als Abschluss vor dem Abschluss, als Abschluss dieses engeren Teils der Ergonomie. Und es geht weiter mit den angesprochenen Aspekten im Bereich schon der Gebrauchstauglichkeit. Und es geht weiter mit den Ansprechten im Bereich schon der Gebrauchstauglichkeit.